Ja, ich möchte mich heute einmal wirklich bedanken, bedanken an euch alle, an das Universum, an das Leben. Wie privilegiert darf man sein, wenn man an so einem Platz wie diesen, aus dem Herzen heraus, für das Herzen von Menschen, was er stellen darf und ihnen dadurch den Weg in diese neue Zeit zu erleichtern, ihn zu begleiten und sie zu inspirieren, in ihre eigene persönliche Kraft zu kommen. Gibt es etwas Schönes, Inspirierendes als solche Plätze? Danke, danke, danke an alle, die das bisher schon genutzt haben und weiterhin andere inspirieren, gemeinsam mit uns diesen Weg zu gehen, in eine neue Zeit, aus der Stille des Herzens heraus, etwas Neues, Einzigartiges, Großartiges zu erschaffen. Ich freue mich auf dich und schön, dass es dich gibt.